Frauen verdienen weniger als Männer. Und das ist nicht nur ungerecht und ein wirtschaftlicher Irrsinn, sondern es führt auch dazu, dass Frauen häufiger von Armut und von sozialem Ausschluss betroffen sind. Wir Sozialdemokratinnen kämpfen für Transparenz, für Lohngerechtigkeit. Wir wollen nicht nur ein größeres Stück vom Kuchen, wir wollen die Hälfte von der Bäckerei. Ich bin Theresa Muiq, Spitzenkandidatin der SPÖ Tirol. Ich bin Theresa Muiq.